Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Stellplatz-Video mit eurem DAG-Mobil. Wo sind wir dieses Wochenende gelandet? Wir haben das Wochenende vom 26. bis 28. April 2024 die gute Idee gehabt, das Video sonntags zu drehen, weil der Platz nicht so voll ist. Gestern strahlender Sonnenschein stehen wir in Keesten auf dem Wohnmobilpark Keesten an der Mosel. Der Stellplatz hat einige Überraschungen für uns Camper bereit. Und damit ihr wisst, was ihr hier alles so machen, bekommen und tun könnt, schaut das Video. Ich werde euch alles wieder, wie ihr es kennt, detailliert berichten. Und wenn ihr sagt, Mensch Keesten ist was, aber ich möchte auch noch wandern, Fahrrad fahren, vielleicht in der Nähe was essen gehen, dann schaut unser Video zur Umgebung. Da haben wir wieder alles andere gezeigt, was man hier an einem Wochenende alles so machen und erleben kann. So und jetzt zeige ich euch, wie ihr hier erst mal auf den Platz gefahren kommt. Kommt mit, wir gehen mal zur Einfahrt. Entweder aus der Richtung Berndkastel-Kuhs gefahren oder aus der Richtung Keesten, wenn ihr über Minheim angereist kommt. Dann biegt ihr hier in die Urmitzgasse ab, wo direkt auch schon der Stellplatz beginnt. Fahrt bitte Schritt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, aber das kennt ihr ja selber. Stellplätze sind keine Rennpisten. So, ihr könnt hier den geteerten Weg bequem hinunterfahren, ob mit Kastenwaren oder Leinern. Hier schon direkt ein paar Infos vorab zum Stellplatz. Der Stellplatz verfügt über 140 Stellplätze. Es gibt noch zehn Ausweichplätze für kleinere Mobile, wenn es so sein sollte und alles voll sein sollte. Der Untergrund ist Rasen und 21 Plätze von den 140 Plätzen sind geschottert. Das sind die Plätze vorne in der ersten Reihe. Es ist der Fahrweg geschottert in den äußeren Stellplatzbereichen. Im Rasenbereich ist er Rasen. Von daher ist aber auch abgesperrt, wenn der Rasen zu nass sein sollte und nicht befahrbar ist. Wir waren vor vier Wochen, glaube ich, gegenüber in Windrich und hatten dann auch gesehen, dass hier abgesperrt war. Die Mosel hatte Hochwasser und das Wasser stand wirklich vorne bis auf den kleinen Radfahrweg, der vorne vorbeigeht. Also da wird hier auch sofort reagiert. Betrieben wird der Platz hier von einem super netten Stellplatzbetreiber, der das zusammen mit seiner Tochter macht. Und die sind wirklich nett und hilfsbereit. Also auch da habt ihr ein offenes Ohr, wenn ihr irgendwelche Probleme haben solltet oder einmal Hilfe benötigt. So, jetzt gehen wir einmal weiter zum Platz. Der Stellplatz ist nachts richtig ruhig, auch wenn die Bundesstraße da vorbeifährt. Ich glaube, da fährt nachts nicht ein Auto. In den weiteren Bereichen hörst du auch tagsüber kaum Verkehr. Es gibt zwar da hinten eine Feuerwache, aber die rückt ja natürlich auch nicht täglich aus. Und wenn das so ist, dann kommt das eben mal vor. Zu unserem Aufenthalt hier war da kein Betrieb. Es gibt ein paar kleine Anmerkungen zum Platz, die ich euch noch, bevor ihr zur Anmeldung geht, sagen möchte. Bitte keine Klimageräte über das Stromnetz anschließen und es darf keine Wäsche getrocknet werden. Ich habe mit dem Betreiber gestern meine eine oder andere Frage klären können. Auf die Wäsche bin ich nicht eingegangen. Natürlich dürft ihr hier mal ein Handtuch am Wohnmobil aufhängen, aber Wäschespinnen aufstellen oder Leinen zwischen den Bäumen hängen, ist unserer Vermutung nach eben nicht gestattet. So, dass es nicht aussieht wie ein Hempels unterm Sofa. Aber ansonsten, der Platz ist mega, mega sauber, super gepflegt und das merkst du direkt, wenn du hier drauf fährst. Du kannst hier Stellplätze reservieren. Das kostet eine Reservierungsgebühr von 3 Euro. Einfach anrufen und dann wird der Platz, den ihr nehmen wollt, mit einem handgeschriebenen Zettel in Glasigfolie markiert, da befestigt und dann weiß jeder, in dem und dem Zeitraum ist der Platz belegt. Ansonsten könnt ihr auf den Platz drauf fahren und euch einen Platz aussuchen, der euch gefällt und dann zum Check-in gehen oder erst zum Check-in gehen und fragen, was frei ist. Ihr könnt hier auch nur tagsüber stehen, das heißt, ich will nicht über Nacht bleiben, aber ich möchte meinen Tag an der Mosel verbringen. Dann zahlt ihr als Tagesgebühr bis zu einem Aufenthalt von 17 Uhr eine Gebühr von 7 Euro. Möchtet ihr diesen Tag in der ersten Reihe verbringen, kostet es 50 Cent mehr. Auch eine gute Idee, wenn zum Beispiel ein Feiertag so liegt, dass es kein Brückentag ist oder ihr an dem Brückentag arbeiten müsst, aber sagt, Mensch, an die Mosel könnte ich heute mir schon vorstellen, meinen Tag zu verbringen, kannst du das hier, ohne irgendwo am Straßenrand auf einem kleinen Park-and-Ride-Parkplatz oder Wanderparkplatz stehen zu müssen. Also in erster Reihe eventuell möglich. Zusätzlich hast du dann hier auch den Vorteil, dass du das ein oder andere hier auch einkaufen kannst, aber das erzählen wir euch gleich, was es hier alles fürs leibliche Wohl noch gibt. Solltet ihr auf der Durchreise sein oder der Platz voll sein, aber ihr die Gelegenheit nutzen möchtet, euer Wohnmobil zu entleeren, dann kostet das eine Pauschale von 3 Euro. Ihr könnt also hier die Grauwasser- und Chemietoilettenentleerung nutzen und gebt dem Betreiber einfach euren Obolus von 3 Euro. Also auch eine gute Sache. So, und jetzt gehen wir zur Anmeldung. Ein weiteres Highlight, oder nennen wir es mal so, mein ganz persönliches Highlight hier auf dem Stellplatz ist der Schuhkalli. Weil der Schuhkalli hier einen schönen Stand mit bequemen und praktischen Schuhen hat, einer Marke, die ich mit meinen Nüggelsbüßen als einer der wenigen tragen kann. Und ja, ich habe ein ziemlich starkes Überbein und er hat hier bequeme Schuhe, die wir von der Marke kennen. Für die Herren, wie auch für die Damen, da haben wir dann Sneakers für die Damen, bis hin zu Trekking-Schuhen für beide. Und wir haben uns gestern hier auch schon super eingedeckt, der, genau, den habe ich gestern gekauft und auch noch ein paar andere Damen hier auf dem Platz. Wenn ihr hier seid, kauft ihn. Ich kann euch sagen, damit könnt ihr laufen, jetzt sind wie von selber, als wenn Röllchen drunter wären. Kann ich nur empfehlen, super gute Schuhe, gerade wenn man hier in der Mosel, an der Mosel mal eben durch die Weinberge gehen möchte, also keine Klettersteige machen möchte, sondern einfach nur hinten ein bisschen spazieren gehen. Echt super, auch für Gassi-Runden. Und der Kalli steht immer hier, wann bist du hier? Jedes Wochenende. Jedes Wochenende könnt ihr den Kalli hier treffen, der... Wenn es nicht regnet. Wenn es nicht regnet, auch eigentlich seine Produkte hier aufbaut. Auch gestern hat er ein bisschen mehr hier stehen gehabt, aber heute ist es so regnerisch und windig, das wollten wir den armen Schuhchen heute nicht antun. Er hat freudigerweise uns den Wagen nochmal geöffnet, damit wir ihn euch zeigen können. Und ich muss an der Stelle noch sagen, der Kalli hat natürlich nicht die Originalpreise, die auf den Schuhkartons aufgedruckt sind, zu denen wir diese Schuhe käuflich erwerben können, in den einen oder anderen Läden. Er hat hier seinen Kasten-Special-Preis, aber den sagt er euch dann, wenn ihr die Schuhe kauft. Richtig. Und nicht, dass einer denkt, das ist alles hier nicht offiziell. Alles so, wie es sein soll. Richtig. Wir posten es ja auch öffentlich und da ist alles legal. Also von daher, kommt her, er hat echt klasse Schuhe. Und wenn Alfred schon ein paar Schuhe gekauft hat, dann ist es, naja, Bombe. Top. Top. Wir sagen dir, gute Geschäfte. Vielen Grüße an Toni. Vielleicht nächste Woche wieder oder übernächste Woche. Also ich bin jedes Wochenende hier, wenn es nicht so im Wetter ist wie heute. Ich fahre jetzt also nach Hause. Der Toni ist am Freitag hier. Am Freitag? Der kommt nächste Woche, am 8. kommt er, danach das Wochenende. Ach so, ja. Ich bin ab Mittwoch wieder hier. Also nutzt den 1. Mai für den Feiertag. Ich habe euch gerade schon gesagt, ihr könnt ja auch nur für Tageweise stehen oder wenn ihr im Nachbarort sein, halt mit dem Rad rüber. Schaut mal vorbei. So, wir machen mal weiter, was es noch hier alles so gibt. Okay. Danke dir. Mach's gut. Wenn ihr euch hingestellt habt, könnt ihr hier zur Anmeldung gehen, solltet ihr auch und könnt hier die Stellplatzgebühren entrichten. Die Stellplatzgebühr für die Übernachtung, 24 Stunden Prinzip, kostet 12,50 Euro. Enthalten ist darin die Entsorgung und das WLAN. Funktioniert auch gut das WLAN. Also da sind wir ja immer sehr kritisch. In Deutschland brauchen wir es ja eigentlich auch nicht. Aber checken und für euch testen tun wir es immer und es hat mit zweimal streamen hier wunderbar funktioniert. Die Anmeldung ist nicht immer besetzt. Auch hier braucht man mal eine Ruhepause. Die Zeiten, ich muss mal wieder mein Zettelchen nehmen, wann die Anmeldung offen ist, ist in den Morgenstunden von 9 bis 10.30 Uhr und nachmittags von 15 bis 19 Uhr. Entweder geht die junge Dame, die Tochter des Betreibers von Manni oder der Manni selber auch über den Platz und guckt, ob alles in Ordnung ist. Zu den Öffnungszeiten könnt ihr hier auch einiges kaufen, was für eure leibliche Versorgung bestimmt ist. Wir haben hier die Möglichkeit, ach Alfred, es scheint schon wieder auf die Bratwurst. Ich wollte gerade mit dem Honig anfangen. Eine frische Grillbratwurst zu kaufen. Es gibt auch Schwenksteaks aus Kamm oder Lende. Es gibt Meckwürstchen auf die Hand. Ihr könnt Eis kaufen. Hausgemachte Würste. Bienenhonig. Salami. Einen Anglerschein für einen Tag oder eine Woche erwerben. Und es stehen zur Auswahl verschiedene Biere, Softdrinks und 14 verschiedene Weine unterschiedlicher Winzer hier aus der Gegend. Klein Betty hat mal wieder ihren Rotling gefunden. Den kann ich euch empfehlen. Aber noch besser war der Weißburgunder, wenn ihr es trocken mögt. Ansonsten bekommt ihr die Getränke hier schön gekühlt. Frische Eier gibt es auch noch. Und es gibt eine Reihe von Infomaterial. Hier zur Mosel, zur Umgebung und weitere Campingführer. Also da könnt ihr euch gut eindecken, damit der Aufenthalt hier für euch mit einigen Events gespickt ist. Der Stellplatz ist leider nicht ganzjährig geöffnet. Er ist geöffnet vom 1. April bis zum 1. November. Also nutzt die nächsten Wochen und kommt her, um euch mal ein paar schöne Tage an der Mosel genießen zu können. Um euch genießen zu können. Deutsch hatte ich im Abitur. Schon lange her, merkt man. Solltet ihr auf der Durchreise sein und die Entsorgung nutzen, in dem Briefkasten könnt ihr dann auch einfach die 3 Euro fairerweise einwerfen. Und es gibt hier auch noch einen Gasservice. Ihr habt hier die Möglichkeit, die 11 Kilo Flasche zum aktuellen Tagespreis 27,50 oder die 5 Kilo Flasche für 15 Euro zu tauschen. Ja, was haben wir noch, was wir hier sagen können? Genau. Täglich kommt der Bäcker. Die Bäckerei Fleury von gegenüber, von Braunenberg, kommt hier täglich zwischen 9 und 9.15 Uhr vorbeigefahren. Mit tollen Kuchen und Broten, Brötchen, diversen anderen Sachen und ihr könnt hier auch vorbestellen. Wir blenden euch gerne an der Stelle das Bäckerauto ein, denn wir waren schon da. Stellplatz habt ihr täglich den Genuss, auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, dass von der Bäckerei Fleury, die gegenüber in Braunenberg ansässig ist, der Brötchenwagen kommt. Da bekommt ihr leckere Kuchen, Brote, Brötchen jeglicher Art, inklusive der Moselspezialität, also der Spezialität des Hauses. Die Moselkruste, die liegt da hinten vor der Chipstüte. Dann haben wir das Wurzelbrot. Das Brot ist ein sehr aufwendiges Brot. Es benötigt zwei Tage, bis es gebacken werden kann. Das ist ein Sauerteig, der mehrfach geht und in die Kühlung gestellt wird. Und dann haben wir auch noch die Teufelskruste mit Chili. Wenn ihr Getränke benötigt, Chips vergessen habt oder kleine Leckereien noch braucht, könnt ihr die hier auch beziehen. Und was das Schöne ist, ihr könnt auch für den nächsten Tag, wenn ihr sagt, oh für morgen auf den Sonntag möchte ich einen Käsekuchen haben, könnt ihr den hier vorbestellen. Also von daher, euren Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt. Braucht also, wenn ihr nach hier fahrt, kein Brot und Kuchen mitnehmen. Ihr seid hier bestens mit dem Wagen versorgt. Hier vorne am Infobord habt ihr noch die wichtigen Notfalladressen. Die dürfen ja nicht fehlen. Und auch noch den Hinweis, dass Donnerstars Tiefkühlkost Heiko in der Zeit von 10 bis 10.15 Uhr mit ihren Wagen hier vorbeikommt und ihr ein paar schnelle Gerichte für den Camper kaufen könnt. Auch eine gute Idee. Gerade haben wir hier auch beobachtet und wir haben auch einen Bekannten, der alleinstehend ist. Für jemand, der alleinstehend ist oder einfach keine Lust hat zu kochen, eine super Idee. Infrastruktur im Ort. Ab dem 1. Mai öffnen die Winotheke und Weinlokale wieder. Dort gibt es dann auch die ein oder andere Möglichkeit zu essen, Weine zu trinken, zu probieren. Und im Ort selber gibt es ansonsten kein Geschäft. Da müsst ihr euch schon gut versorgen. Das ist der Nachteil an Kästen. Aber da ihr in 10 Kilometern in Bernkastel-Kuhs seid, wo es alle Discounter und Geschäfte gibt, die man braucht, vielleicht auf der Hinfahrt, doch mal kurz vorher anhalten. Ich befinde mich hier gerade an der Müllentsorgung, die gut sichtgeschützt hinter diesen Holzzäunen angebracht ist, direkt neben der Anmeldung. Und ich muss euch sagen, das ist die geilste Müllstation, die ich je gesehen habe. Komm mal, guckt mal. Ich sage ja, der Platz ist mega ordentlich. Selbst in der Sortierung des Altglases. Habt ihr schon mal so einen Glasauffangbehälter gesehen, wo die in Reihe und Glied liegen? Die Flaschen? Ich nicht. Müll wird hier getrennt. Kunststoffe, Plastik, Papier und den Rest vom Müll in diesen ausreichend großen Containern. Auch hier alles sauber. Hier liegt nicht ein Fitzelchen, nicht eine Kippe. Hundekot. Es gibt Hundekotbehälter, also die Tütenbox. Und darunter befindet sich ein Mülleimer, wo ihr auch bitte, wenn ihr eure Hunde, die ihr hier bitte auf den Platz an der Leine führt, dann entsprechend die Hundekotbehälter in der Mülltonne über dem, äh Quatsch, über, Mülltonne über, unter dem Behälter einwerft oder eintütet. Den findet ihr hier vorne an dem Schild. Da haben wir auch direkt den Hundekotbehälter. Also hier Hundestation, oben die Beutel, unten die vollen Beutel wieder rein. Was schön ist, ist auch dieser kleine Weg, der hier am Stellplatz vorbeigeht. Der ist für Fußgänger wie Radfahrer nutzbar. Und dann kommt ihr von hier in den Ort oder bis zum Anfang des Orts. Kommt drauf an, wie weit ihr gehen wollt. Der Weg beginnt hier, in die andere Richtung kommt ihr nicht. Aber der Mosel Radfahrweg führt hier vorne durch Kästen durch und ist, wie ihr es auch kennt, gut ausgeschildert. Also von daher, Spazieren, Gehen, Wandern, Radfahren ist hier, wie überall an der Mosel, top gewährleistet. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und mir helfen, unsere Statistik zu verbessern? Wir haben 82,6% immerwährende Zuschauer auf unserem Kanal, die kein Abo haben. Kommt, helft mir die Zahl zu drücken. Schaffen wir die 80 nächste Woche? Kommt, wenn ihr mir jetzt ein Abo dalasst, dann bin ich mir sicher, dass ich nächste Woche in meiner Statistik, meine Kurve nach unten geht. Knacken wir die 80%. Helft mir. Ansonsten, wenn ihr wissen immer wollt, wo wir schon sind, weil die Videos kommen ja immer so ein, zwei Wochen versetzt. Wir müssen sie ja noch bearbeiten, weil ich ja nur arbeiten gehe. Dann folgt uns auch auf Instagram und Facebook. Da seht ihr immer top aktuell zum Tag, wo wir gerade sind oder was wir machen. Und an der Stelle kann ich euch sagen, es kommt doch was, was Neues bei uns dazu. Wir haben Premiere. Die werden wir jetzt am 1. Mai filmen. Wird dann auch in den nächsten Wochen zu sehen sein. Bleibt dran. Folgt uns auf Instagram. Dann werdet ihr sehen, was wir noch Neues im Programm haben. So, und jetzt geht es weiter mit der Stellplatzvorstellung. Das Wasser gibt es an dieser Station, zwei Zapfsäulen, sodass kein Stau entsteht. Gegen den Obelus von 10 Cent für 10 Liter oder 50 Cent für 50 Liter. Größere Mengen, größere Mengen, 50 Cent Stücke. Ganz einfach. Schlauch anschließen, Hahn aufdrehen, nachdem das Wasser eingeworfen wurde. Und ihr könnt schon tanken. Ich schlaufe mir Geld ein. Ja, ich war jetzt abgelenkt. Wie schmerzt das? Ja, da fährt ein Bötchen, da war alles orange drauf. Da habe ich gedacht, da kommt da die Seenotrettung. Aber der hat irgendwie seine Westen da vorne zum Trocknen aufgehangen oder so. Ich war irritiert. Das sah jetzt aus wie ein Schiff von der Seenotrettung. Ich war zu lange an der Küste, glaube ich. Ja. So, gehen wir nach hinten. Genau. Jetzt kommt der Strom. Über den Platz verteilt, findet ihr die Stromanschlüsse. Einfach über den Taster öffnen und eure Stecke einstecken. Mit 6 Ampere abgesichert beträgt die 24 Stunden Gebühr für die Stromnutzung 2,50 Euro. Das ist wirklich günstig, weil da kennen wir ganz andere Preise. Anzahl der Steckdosen, circa, wir haben es nicht gezählt, es gibt, glaube ich, sieben von diesen Stromkästen. Würde ich sagen, für die Hälfte der Stellplätze ist die Stromversorgung gewährleistet. Also, wie gesagt, viele immer im Air stehen ja autark und brauchen gar keinen Strom mehr und von daher nicht vonnöten. Hier haben wir praktisch so ein Schild, ohne dass wir jetzt auf den Datenschutz kommen, weil das die Kennzeichen drauf. So wird dann für euch markiert, dass ihr den Platz reserviert habt. Einschlägige Abschreittests haben ergeben, dass die Stellplätze alle gleich groß sein müssten. Markiert mit entsprechender Platznummer, die ihr ja angeben müsst bei der Anmeldung. Die findet ihr immer hier auf diesen Holzbalken. Und den Feldern vorne, Vorkaufsbeachten. Genau. Von daher, hier steht immer, für welche Richtung die Platznummer zählt. Also die 28 ist das hier, wo ich stehe. Umso weiter ihr, wenn ihr sagt, ihr wollt ans Wasser stehen, aber wenn es so windig ist wie heute, umso weiter ihr in die Wiese reinsteht, umso windgeschützter wird es auch, weil es kann durch den Flusskanal ganz schön Wind strömen. Mich kannst du nicht entsorgen. Ich bin hier nicht beim Kohlescheppen, hier wird entsorgt. Und zwar gleich, wenn er nicht die Klappe hält, der Onkel Eifried. Ihr habt hier eine Multifunktionsentsorgungsstation. Den Auffangbehälter unter euren Ablauf platzieren. An der Kette den WC- und Grauwasserabfluss öffnen und den Schlauch hineinführen. Und dann könnt ihr hier euer Grauwasser in den Schacht entsorgen. Wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr hier auf diesen Knopf zur Spülung des Schachtes, damit da auch kein Gesammels hängen bleibt. Daneben habt ihr auch einen Behälterdrücken hier oben für eure Chemietoilettenspülung und könnt dann auch, nachdem ihr sie in dem Schacht entleert habt, das Spülwasser auch hineinkippen. Vielleicht den Schacht danach nochmal spülen, das macht Sinn, auch nach der Entleerung der Chemietoilette. Und hier haben wir dann auch nochmal zwei Frischwasserversorgungshähne zu den eben schon genannten Gebühren. Also von da schön abseits hinter Holzzäunen versteckt, so dass man die anderen Geruchslärm sich belästigt, eben nicht stört. Und dann könnt ihr hier absolut ruhig entsorgen. Ich habe eben auch einen großen Liner gesehen, das funktioniert alles. Ihr müsst nur mit der richtigen Seite hier ranfahren. Aber Wendemöglichkeit habt ihr ja, das Ganze ist im Kreis zum Fahren, so dass ihr einmal dieses Rondell nutzen könnt, um hier anzufahren. Ich glaube, die tue ich mal wieder ein bisschen rüber. Ansonsten ist das gleich unserem reifenden Weg, weil wir müssen hier auch noch hin. Ja, habe ich was vergessen? Eigentlich haben wir alles gesagt. Nochmal einen kurzen Blick auf die Mosel. Wir haben hier vorne noch eine schöne Sonnenliege. Es sind entlang des Weges hier Mülleimer und Bänke aufgestellt, auf die ihr euch auch zurückziehen könnt. Habt ihr euren Vierbeider dabei, wunderbare Möglichkeiten Gassi-Runden zu drehen. Es geht auch hinten nochmal am Hochwasserwall ein Weg vorbei. Hinten in die Weinfelder geht ein Weg. Da könnt ihr zu jeder Uhrzeit die kleine oder größere Runde drehen, ob mit oder ohne Hund. Und ja, was soll ich sagen? Da sind wir jetzt am Fazit. Viel mehr kann ich euch zu dem Platz nicht mehr sagen. Der Platz hat mit nur einem Besuch es geschafft. Es ist unser Lieblingsplatz an der Mosel und er bekommt volle Sterne, alle Punkte da. Wir haben hier so viel Herzlichkeit, so ein großes Herz für Camper erlebt, wie man es nicht immer findet. Und ich muss sagen, ich kann die verstehen, die seit Jahren hier regelmäßig herkommen und immer wieder ihre Wochenende oder auch mal eine Woche hier verbringen. Ein Platz mit Herz für Camper, von Campern. Kommt her, überzeugt euch selbst, wie es ist, wenn man sich hier einfach die Zeit genießt und entschleunigt. An der Stelle sage ich wieder Danke fürs Zuschauen und wir freuen uns auf euch, wenn ihr es dem nächsten Mal wieder dabei seid. Denn auch nächste Woche geht es wieder los mit dem DAK-Mobil. Kein Wochenende, wo wir doch nicht auf Tour sind. Von daher, bleibt dran. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Ciao.